Herzlich willkommen beim Auto Esthofer Team Furchtdorf. Sommer, Sonne, Sonnenschein. Endlich wieder ein Cabrio von VW. Und was für eines. Ein Kompakt-SUV und ein Cabrio. Zwei Welten, die aufeinandertreffen und das Beste von sich geben. Der Spaß kann beginnen. Und los geht es mit unserer Mitarbeiterin des Monats, Tamara Huema. Die Freiheit spüren, die Freiheit genießen und erleben. Alles das ermöglicht die neue Cabrio-Version des T-Roc aus dem Hause VW. Mit seinen wahlweisen 115 bzw. 150 PS Benzin ist man sportlich und sicher unterwegs. Sein bulliges und markantes T-Roc-Design ist auffallend schön und beeindruckt durch bequemen Fahrkomfort am Land und fasziniert durch Spritzigkeit und Wendigkeit in der Stadt. Das Cabrio hat zwei Ausstattungslinien. Den Airline und wir testen mit 115 Benzin als Schalter den Style. Der Style hat bereits Sicherheitssysteme wie den Spurhalteassistenten und die Klimaautomatik seriemäßig an Bord. Zur Sonderausstattung gehören Ledersitze, Navi und AppConnect. Bei einem kurzen Ampelstopp wird in rekordverdächtigen 90er und das Verdeck geöffnet und bis maximal 30 kmh öffnet und schließt es wieder. Glücklich und zufrieden treffen wir am Standort in Vochtdorf wieder ein. Eine spannende Probefahrt liegt hinter uns. Es war wirklich faszinierend, wie viele Leute das uns nachgeschaut haben. Es ist natürlich auch ein besonderes Auto. Das siehst du nicht alle. Ich kann euch jedem sagen, kommt zu uns ins Autohaus Auto Esthofer Team Vochtdorf. Schaut euch das Auto an, probiert es, habt es auch frei damit. Ich würde mich freuen, wenn es kommt. Für nähere Informationen einfach anrufen unter 07614 79 33 0.